Hallo Leute und willkommen bei meinem nächsten Video. Ich bin heute mal alleine hier auf dem Surfer. Ich bin nicht alleine, aber ohne meinen Kollegen, DJ Euromir. Bei der nächsten Folge ist er wieder dabei, denke ich. Und ja, viel Spaß. Wir werden heute mal den Joblieferant machen einmal. Und dann ist, ich mach so 15 Minuten Folge nur, weil es einen Grund hat, da ich dann länger sparte und nicht so oft greife. Manchmal kommen auch zwei Folgen von mir oder halt nur eine am Tag. Kommt doch an, wie ich gerade Zeit habe oder so. Ja, das sind meine sechs Autos hier. Und ja, welches wir mal nehmen jetzt? Ich werde sagen, wir nehmen mal den hier einfach, oder? Ja, Tobi, Fee, Eis, Hex. Jo, über, äh, scheiße. Okay, sorry. Am besten nicht Fiesborn. Meine Güte. Jetzt muss ich noch das entbrecken, oder die Handbremse wegziehen. Und ja, jetzt kann es losgehen. Ich könnte mal in die Kommentare schreiben, was ich so gemein. Freund, mach uns so was bitte. So, die Euromir zufüllen. Was ich noch so mache, was ich jetzt her. So, Mann. Jo. Jo, jetzt fahren wir mal zum Schottlieferrand. So, das ist flüssig, glaube ich, das ist nicht weit. Ja, ich werde auch mal folgen, kann man von uns, wo auch von anderen Schottler spielen. Auf dem Fun oder Stuntswerper halt manchmal. Oder auf EOS, halt hier, wie lange. Ja. Jo, wo ist es denn? 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 Ja, ich kann schon eine Ecke nehmen. Jo. 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 So, pack mal den Schottlieferrand, dann fang mal an. Kurz Park. Motor aus. Abschließen, vielleicht noch. Wär nicht schlecht. Jo. Okay, da gehen wir mal los. Aber ich glaube, ich muss erst den Job noch... ...warte, weißt du, wann hab ich noch den bin? Guck mal. Jo, cool. Wo müssen wir denn hin? Äh... Wo müssen wir denn hin? Äh... ...äh... 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 ...äh? ...äh... 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 Ex sein oder bin ich jetzt blind? Hä, aber ich hab mir eine Idee. Wir machen einmal schnell... Wir machen jetzt einmal den Job kündigen und dann neu annehmen. Wenn es nicht geht, dann mal einfach bei der nächsten Folge dann vielleicht... Dann, ich tu mal wie ein Salad, was das gerade nicht geht, aber hey, ich hoffe mal, es geht bald, oder? Also, Job kündigen und jetzt neu annehmen. Okay, jetzt bin ich Truckerfahrer und jetzt geh ich mal zum Truck rein und schau mal, ob es dann geht. Oh Mann, es geht zwar irgendwie nicht, Leute. Tut mir leid. Ähm... Hä? Bin ich fertig, oder? Aber es ist okay, dass wir nicht, äh... Ah, es ist da, okay. Da muss ich hin. Oh, gut. Bei allen, das ist meine Zeit vorbei, schon wieder. Ja... Ja... Ja, mit der Lautes hat sich schon... Hey... Jo, jetzt haben wir zum Runden Track. Viel Spaß! Jo, also... Ich tu mir gerade leid, dass es gerade nicht gegangen ist, aber ich hoffe, das nächste Mal ist es vielleicht nicht so... so... doof, dann aber... Ja, diese Schrift da mit Chat ist halt voll doof. Muss ich mal ändern, vielleicht. Muss ich mal gucken. Ja, da könnt ihr mal verschiedene Shops, Shops machen... Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich so an Shops da machen soll. Ja, mit euch dann... Ich weiß nicht was, was ihr wollt halt, was ihr wollt. Was ihr wollt, tut's dann auch so. Ich weiß schon, ich rede viel zu viel, ich hab mir gedacht, hm... Ja... Ja, so... Hey, was du willst. Ähm... So ist meine Lastes Hand los. ... Mmh... ... ... ... So, Samir, durch la Santos, durch So, fahr mal auf die Autobahn rauf hier, auf die Autobahn rauf, ja, 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 rauss ich will zeit, aber ich weiß nicht, ich bin grad ein bisschen ein Kälter, aber ich hoffe, das stört euch nicht, das ist ja nur man transportiert, was man will Häuser двust, aber ich weiß nicht, das stört euch nicht, Tut mir leid Wie gesagt, es tut mir leid, dass du mein Husten bist Hier hat einer geschrieben, ich bin morgen Feuernit verkauft Yeah Heute ist ja der 27. Und in... In ein paar Tage ist es ja vorbei Ich freu mich, aus dem Gästen los So, da ist es So, da ist es Hier reinfahren Und schon sind wir da Oh man, ich muss kurz Tränen zu haben Dann häng ich mein Anhänger auch Das... Wollen wir es nicht, denke ich Sorry, kurz eine Runde extra gefahren Juhu So, jetzt muss ich mehr drin sein Jupp Okay, fahr zurück zur Feriale Und hol deinen Lohn ab Abzuholen Okay, machen wir das Und wenn ich dann da bin, ist die Folge 10 Also, okay Äh, äh, außer Papier Juhu Wo, 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 wo Nein Darf ein Anhänger nicht benutzen Das habe ich schon wieder verloren hier Sonst werde ich jetzt zurückgespawnt an... Da, wo es weit her kam In der Familie Ähm, so Kann ich noch einen anderen Weg machen? Wenn ich gerade ausfahre Äh Weiß nicht genau jetzt Oh, ich bin jetzt bin ich schon vorbei Äh, ne, ich war doch anders Ich werde ein Brasser weg, finde ich Juhu GF Hast du mit der Eistee hat GF vielleicht vertreten? Danke! So, sind wir gleich da. So, vielleicht nicht gleich, aber bald. Ja. Hab, Geisel noch gerade gestärkt. Nein. Bock mich doch nicht. Ich war LKW, hallo. Oder nicht. Ja, also, ihr müsst es nicht denken, dass es für einen großer Gamer bin. Ich bin einfach nur so ein Gelegenheitsspieler, wo man aufnimmt. Ja. Es werden vielleicht ein paar mal, zweimal Erfolge kommen am Tag, aber nicht immer auf jeden Fall. Ihr braucht nicht denken, dass jeden Tag Erfolge kommen. Ist vielleicht meistens so, aber halt nicht immer. Kann ich schon mal verraten. Auf jeden Fall. Ich denke mal, die Folge wird heute noch online kommen. Ich denke mal so, bis es fertig gerendert ist. Ich denke mal so gegen 22 Uhr oder so. Weiß Gott. Mal schauen. Sofern ich Zeit habe. Die nächste Folge wird dann morgen kommen. Oder halt. Am 28. 12.14. Wie gesagt, tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass diese Erkältung bald weg ist wieder. Normal werde ich auch nie richtig krank in meinem Leben an sich. Ich war noch bestimmt seit fünf Jahren immer richtig kranker. Sagt. Aber so Husten habe ich bestimmt einmal ein Jahr oder so. Zweimal vielleicht. Aber nicht so oft. So sind wir da. Und dann verabschied ich mich für euch wieder. Ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeguckt habt. Und ja. Ich könnte Kommentare schreiben. Ein Like geben. Oder halt ein Abo geben. Wie ihr wollt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alles machen würdet. Ja. Jetzt habe ich 100k für 10. Wow. Okay. Das ist aber viel. Also 100. Also 110. 325 Dollar. Also ja. Also dann. Man sieht's in der nächsten Folge. Ciao.